Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressor-Kühlbox, die B30P und da gibt es eine kleine Änderung, nicht der Preis. Obwohl wir bei all den Boxen jetzt auf April raufgehen, die neue Preisliste verlinke ich euch natürlich unten drin. Diese Box bleibt im Preis, aber sie ist nur noch lieferbar, solange wir haben. Es gibt für diese Box ein Nachfolgemodell, das wird preislich höher sein und das neue Modell wird kein 230 Volt Anschluss besitzen. Da könnt ihr nach Brüssel schreiben, warum. Also diese Box wird in Zukunft nicht mehr lieferbar sein, aber dafür haben wir keinen Preisaufschlag, weil die Ware, die wir jetzt noch am Lager haben, die Box wird auch nicht mehr im neuen Katalog drin sein, den ich euch unten verlinke. Aber ihr findet die Box B30P, die Daten bei uns im Shop, verlinke ich euch auch unten drin. Wir haben in der gleichen Generation eine gleiche Kühlbox B20P, die verlinke ich euch hier oben und wir haben natürlich auch viele weitere Boxen, zum Beispiel die Stück größere, die Y35PX, die verlinke ich euch hier unten. Ja, das soll es gewesen sein für heute und ich wünsche euch einen schönen Tag.